Ich wende mich an Sie, weil wir dringend Ihre Hilfe und Unterstützung benötigen. Sie als Mitglied bei Wikimedia Deutschland stehen für freies Wissen. Das freie Internet und das freie Wissen sind allerdings in Gefahr. In den nächsten Tagen könnte das Europaparlament eine Entscheidung treffen, die das Internet, so wie Sie und ich es kennen, dramatisch verändern werden. Darum bitte ich Sie, jetzt aktiv zu werden und uns zu unterstützen im Kampf gegen diese Entscheidung. Gehen Sie auf safetheinternet.info und werden Sie heute aktiv. Vielen Dank.